Der 1. FC Magdeburg reitet auf einer Erfolgswelle. Seit sechs Spielen in Liga 3 ist der Klub ungeschlagen. Übermorgen spielen die Blau-Weißen in Zwickau unter Flutlicht. Und schon am nächsten Dienstag müssen sie zu Hause gegen Tabellenführer Paderborn ran. Die bevorstehende englische Woche sieht Trainer Jens Hertel allerdings ganz gelassen. Grundsätzlich müssen wir schon diese englische Woche betrachten. Aber klar ist, wir wollen damit maximale Erfolge mitnehmen. Und dann werden wir auch eine starke Mannschaft aufstellen. Trotzdem kann es eben auch zur Umstellung kommen. Weil es natürlich wahrscheinlich schwierig ist, dann am Dienstag und am Freitag jeweils 90 Minuten Vollgas zu geben.